Das bin ich. Mein Name ist Dr. Sorgenfrei. Ich bin Psychiater. Heute werde ich einem Killer begegnen. Aber leider ist das nicht die einzige Überraschung, die mich erwartet. Guten Morgen, Herr Doktor. Guten Morgen, Frau Kau. Den ganzen Tag über behandle ich Patienten und werde mit den sonderbarsten Problemen konfrontiert. Zwangsstörungen, Neurosen, Wahnvorstellungen und Traumata. Und weil die Maschine heute Morgen gestreikt hat, ganz ohne Kaffee. Guten Tag, sind Sie Dr. Sorgenfrei? Haben Sie Zeit für einen Gesprächstermin mit mir? Also behandelte ich spontan noch einen Patienten und schickte ihn dann nach Hause. Ich dachte, das war's für heute. Ich fahre nach Hause, mache ein Bier auf und lege die Füße hoch. Aber dann... Was ist? So will ich jetzt... So will ich da... Vielen Dank.